zu unserem Land mein Kraft die letzten Prozent was haben das letzte Mal gemacht ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung und da hat uns die ich habe in das Platt sie auch auf einmal als Weg so sonst was das ja tut mir leid ich weiß überhaupt nicht woran das liegt dass wir hier 8 ich wollte höchste Leistung irgendwas die Leistung weg ja auf jeden Fall machen wir jetzt erst mal weiter was wollten wir eigentlich machen ich habe absolut keine Ahnung was wir das letzte Mal gemacht haben es ist auch schon ein wenig länger her dass ich jetzt gespielt habe weil es sind heute die Ferien angefangen und da gehört ja natürlich auch zu dass man vor den Ferien noch höchst oder noch Prozent möglichst alle möglichen Arbeiten schreibt und ja also die Ferien fangen jetzt an ich freue mich auf jeden Fall drauf die sie sind ich wurde etwa wie deswegen kann das sein bei euch die Ferien schon Prozent vielleicht angefangen sind ich weiß auch noch nicht irgendwie auch her die die ich finde die Musik gerade ziemlich anregend ist doch schön noch gut so wie es sind jetzt er hat keine Ahnung was ich eigentlich noch machen heute habe ich zusammen dabei und wir können abwauen er hat das Grund herzlichst willkommen naja also nee sind noch nicht ganz alle fertig tut mir leid die ich kann nicht da bauen oh das wucheln hat aufgehört ja das ist ja schön was ist das ein schwarzes Huhn so ich bin ein schwarzes Huhn Wofor Wofor ja ja Wolle sieht übrigens merkwürdig aus auch siehst du ähm was denn das so dran zu rum so aber ja gehen wir erstmal in unseren Lagerbaum da hatte jemand in den Kommentaren geschrieben bitte nicht fragen oder sowas keine Ahnung bitte wenn wir das jetzt mal so normal vorlesen würden das funktioniert auch noch äh so aber erstmal ich glaube hier waren da unsere Holzsachen drin nein dann waren die Sachen drin aber okay kommt es da auch erstmal wieder rein lalala 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 Entschuldigung im Hintergrund weiß ich gerade auch nicht so genau was da alles läuft so ich kann dieses Geruckel auch nicht so wirklich richtig erklären lalala aber es geht ja auch wir haben wir haben kein Platz mehr naja auf jeden Fall haben wir hier ja und das Holz das Holz also das hier das finde ich total kacke tut mir leid das sagen zu müssen aber das Holz finde ich wirklich kacke hier können alle unsere Federn alle unsere Knochen rein ach ne wir haben ja gar keine Knochen mehr hier drin hm ein Grillhähnchen aber die müssen da noch rein dann haben wir hier noch die Dinger die sind ja so ein klitzekleines bisschen seltener also solche Setzlinge ähm ähm ja falls sich gerade jemand fragt wenn überhaupt aber falls sich gerade jemand fragt wir waren ja letztens in der Skyblock Welt und ich habe mich dann entschlossen jetzt doch nochmal ein Setzling hier hinzulegen ne so nein ähm zu Setzlingen ja also ich habe mich dann doch nochmal entschlossen hier jetzt weiter zu spielen weil nur Skyblock das wird dann ja Block Skyblock das wird dann ja auch irgendwann langweilig ja und genau aus diesem Grund tun wir das hier ja das kommt noch hier rein ja ich muss den Kissen mal vergrößern also mhm okay eine von beiden müssen wir entweder zerstören oder die muss ich dahin weiterbauen die muss ich dahin weiterbauen dafür muss aber die kaputt gehen weil die kann man nicht hintereinander legen und das ist ja auch tut mir leid ähm die müssten da auch noch rein ne ach ne haben wir gar keinen Platz mehr für ne ja dann würde ich sagen ähm hier diese Holzfeldhacke zum Beispiel Holzfeldhacke ist das natürlich goldene Spitzhacke oh die haben wir ja immer noch ja ich hab irgendwie irgendwie hab ich die ganze Bock in Höhlen zu gehen Höhlen sind schön und so hier aber es ist doch irgendwie total ähnlich so zu wissen immer Perle ähm gebratendes Schweinefleisch Schweinefilet nur vom Feinsten ja so haben wir hier noch irgendwas drin ne da muss erstmal wieder was rein hier haben wir noch ah eine Eisenachste die hat als wir so ein heimliches Let's Play gemacht haben oder Let's Play Together ich weiß nicht wie die Leute es dann nennen würden also ich hab halt gespielt und mein Freund hat zugeguckt mein Freund durfte auch mal kurz spielen äh 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 m ja die Schienen die wollten wir ja unbedingt verliegen weiß er was ich glaube ne das machen wir jetzt noch nicht oder machen wir das ich weiß noch nicht so genau ne wir machen uns jetzt noch keine Schienen naja wir haben ja hier fast 6 Stacks voll mit Eisen und ich glaube wir brauchen 6 Eisen pro Schiene oder sowas naja die Musik im Hintergrund aber auch total dazu an m 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 machen eigentlich dieser Baum der sieht ja eigentlich von innen richtig schick aus nur Musik 0 okay muss ich gerade erinnern K K K K so machen wir eigentlich nie haben Schade und die ist es mit zu laut um auch bei der Taschenlappe ja es ist die aus Moment also jetzt ist die aus ich mach das besser mal damit aber vor allem sich schön bewegen die können nämlich jetzt erweitern das würde ich mit der gerne auch machen nur dafür muss ich die abbreiten wenn man zum Beispiel eine hin dann mache ich hier unten die Sachen die ich so beendet habe möchte und gerne einordnen ordnen warum man wie viele haben wir davon die 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 hoch was nicht alle da drin haben Junge so konnte ich schon mal erweitern das ist ja eigentlich ganz schön so der sollte da eigentlich stehen bleiben die würde ich auch ganz gerne mal erweitern sowas haben wir aus dem Let's Play Special in Skyblock gelernt eine ganze Menge sogar wir holen mal eine Kiste aus der Kiste naja vielleicht können wir das auch noch für was anderes verwenden nee ich mach besser hier die